Musik Ich heiße Valide Matard, ich bin der Regisseur von dem Film Vent du Nord, Mörson Wind. Ich bin in Tunesien geboren, später habe ich in Paris studiert, also ich würde sagen, ich bin Tunesier und Franzose. Wovon handelt Ihr Film, ganz kurz zusammengefasst? Es geht um eine Fabrik in Nordfrankreich, die geschlossen wird. Die Produktion wird nach Tunesien ausgelagert. Und der Film folgt die Geschichte von Hervé, der französischen Fabrikarbeiter. Und Fouet, der 25-jährigen tunesischen Arbeiter, der später an der gleichen Maschine wie früher Hervé arbeiten wird. Und warum ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen? Ja, ich kenne diesen Vorort von Tunis, wo ich geboren bin, Hamann-Liv. Und später habe ich in Nordfrankreich diese kleine Stadt kennengelernt. Und eigentlich diese zwei Orte, die geografisch getrennt sind und auch nicht die gleiche Kultur haben, hatten doch so große Ähnlichkeiten. Man kann sagen, gesellschaftlich findet man die gleichen armen Leute auf beiden Seiten in beiden Ländern. Und mir ging es darum, einfach das Menschliche zu zeigen, weil ich finde es einfach wichtig, in unseren Zeiten, wo die Extremen immer mehr präsent sind, einfach das Menschliche zu erinnern. Und was ist Ihr Eindruck vom Festival soweit? Wie haben Sie das erlebt? Ich bin erst heute angekommen. Also meine ersten Eindrücke sind noch ganz frisch, aber ich bin schon sehr angetan von der Organisation und von dem Empfang vom Festival. Und ich freue mich, auch meinen Film in Deutschland zu zeigen. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass mein Film, mein ersten Langfilm in Deutschland läuft. Meine Kurzfilme sind auch schon in Deutschland gelaufen. Und ich bin mit einem Cineclub vom Goethe-Institut in Tunesien mit einem deutschen Kino sehr vertraut gewesen. Es ist für mich umso mehr wichtig, umso wichtiger, meinen Film hier zu zeigen. Was erhoffen Sie sich von dem Publikum, von den Reaktionen? Ja, ich hoffe, dass die Bindung zwischen den Zuschauern und meinem Film einfach funktioniert. Dass die Zuschauer sich meinem Film nahe fühlen. Und ich hoffe auch, dass meine ursprünglichen Intentionen auch funktionieren. Also, dass man sich an das Menschliche erinnert. Et donc, merci beaucoup. Viel Spaß auf dem Festival in Braunschweig. Danke nochmal an das Festival, mich eingeladen zu haben und meinen Film programmiert zu haben. Danke. Danke.